So Leute, ich habe gerade gesehen, jetzt kommt hier wieder ein Güterzug. Oh, eine Dreifachtraktion. Es kam gerade noch eine Anzeige vom Talent, dass er später abfährt wieder. Oh, eine Dreifachtraktion. Er müsste jetzt abfahren, aber er wird fünf Minuten später abfahren. Ja, vielleicht wegen dem Talent. Oh, jetzt rollt er wieder zurück. Bremse anziehen, nicht vergessen. Vielleicht fährt er auf dem Gleis, weil hier kommt dann der Schnellzug. Deswegen wird er wahrscheinlich auf dem Gleis ist er deswegen vielleicht. Ja, mal schauen, was jetzt noch so kommt. Bin gespannt, wann er jetzt abfährt. Ja, bis gleich.